Luftbildaufnahme mit Drohne. Präsentieren Sie Ihre Immobilie oder Ihr Event aus der Vogelperspektive. Schnell und effizient. Professionell und preiswert. fliegenderkameramann.de Das Ruhrstadion ist normalerweise der Ort für harte Zweikämpfe und heiße Duelle. Jetzt aber wird es auch abseits des Grünrasens spannend. Denn Dr. Karl-Heinz Bauer möchte Aufsichtsratsvorsitzender und somit auch Präsident des VfL Bochum werden. Daher meint, dass der Verein und seine Führung in der letzten Zeit viele Dinge falsch gemacht hätten. Nicht gefallen hat mir, um das ganz klar nochmal zu sagen, die personelle Entwicklung gerade in dem letzten Jahr. Ich glaube, da gefährden wir tatsächlich den Erfolg, den wir jetzt in den letzten beiden Jahren hatten. Bei seiner Kritik geht es dem 64-jährigen Mannschaftsarzt des VfL Bochum in erster Linie um die Personalpolitik, die auch in der Öffentlichkeit heftig diskutiert wurde. Ich glaube, der Ausgangspunkt war Sebastian Schinzelorz, der auch wesentlich wichtiger in der ganzen Personalfrage ist und von außen gar nicht oft so gesehen wird. Da war natürlich die Trainerfrage sehr viel stärker im Fokus. Aber von Trainern muss man sich manchmal trennen. Und ich glaube auch, dass es letztendlich nicht mehr ging mit Thomas Reis, nachdem ja doch viele unsägliche Dinge passiert sind. Aber da steht ja heute nicht mehr zur Diskussion. Das ist Vergangenheit und wir müssen nach vorne schauen. Bauer wirft der aktuellen Vereinsspitze rund um den Präsidenten Phillis also klare Versäumnisse bei der Vertragsverlängerung mit seinen Spitzenkräften vor, ohne allerdings schmutzige Wäsche zu waschen. Das jetzige Präsidium hat definitiv einen Bonus als Kanzlerbonus sozusagen. Und wirtschaftlich steht der VfL auch nicht schlecht da. Wir haben 21.000 Mitgliedern, vor drei Jahren noch 10.000. Das sind natürlich alles Dinge, die sich letztendlich auch das Präsidium auf die Fahnen schreiben wird. Aber trotzdem, ich sage es nochmal, im letzten Jahr sind so viele Dinge passiert. Und es geht ja nicht um Herrn Reis, sondern sehr viel mehr um Herrn Schinzelotz. Aber wir haben noch andere Personalien, die außen überhaupt nicht diskutiert werden. Der Bochumer Mannschaftsart stellt sich mit vier Mitstreitern, darunter Ralf Zumdick und Marcel Maltritz, zur Blockwahl. Das bedeutet am Ende alle oder keiner. Ja, richtig. Und es geht auch nur im Block, so sieht es ja auch die Satzung des VfL vor. Und auch das jetzige Gremium wird als Block antreten. Sollte eine Einzelwahl sein, werden wir als Block nicht antreten. Und falls Sie die Mehrheit erhalten sollten, würde sich Dr. Karl-Heinz Bauer zum Aufsichtsratsvorsitzenden wählen lassen. Richtig, so sieht es aus. Nun, egal wie die Wahl ausgeht, eines dürfte klar sein. Einen Mannschaftsarzt namens Karl-Heinz Bauer wird es im nächsten Jahr so oder so wohl nicht mehr geben.